Also Peace Männer, das Yari Nohanzo, Custom Katana Nami Limited Edition ist jetzt online, gibt es jetzt auf der Katana Markt Deutschland Seite und ist unter Custom in Stock für 694 oder so. Ich habe das jetzt auch unter den anderen Videos verlinkt. Ich verlinke das jetzt auch hier drunter unter dem Video. Ich habe ja schon angekündigt, Yari Nohanzo hat mir ja schon gesagt, was das Ding für Kost soll und jetzt bin ich schon mehrere Male gefragt worden, warum jetzt das Limited Edition Nami so sehr viel teurer ist als das normale Nami. Also das normale Nami ist aus der Sopero Linie und kostet glaube ich 550 Euro und das Nami Limited Edition gibt es jetzt in Custom in Stock für 690 Euro. Jetzt sind wir mal so schlappe 150 Euro mehr. Womit ist es jetzt begründet? Von den Materialien her ist es ja kein großer Unterschied. 1095er Klinge, Seitenwicklung, Rochenhaut, Anbauteile, Saja. Da ist ja nicht viel Unterschied. Klar ein bisschen andere Habaki und so, hier noch ein bisschen Eisenbeschlag drauf. Ja, vielleicht bessere Rochenhaut oder whatever, ich weiß es nicht. So, es ist eigentlich, sagen wir mal so vom Ding her, nichts anderes wie das normale Nami, nur dass es halt jetzt eine Bobiklinge hat und halt andere Habaki und hier die Beschläge. Also großer Unterschied ist es ja wirklich nicht. Der Griff ist gleich und Anbauteile sind gleich und an der Saja mit Büffelhorn, Koguchi und sowas. Ist ja im Prinzip alles gleich. So, warum jetzt diese 150 Euro mehr? Und zwar ist es so, so Berylline wird komplett in China gefertigt und ist halt so dieses Massenprodukt von Yari Nohanzo. Das, was es immer gibt. Ja, das gibt es jetzt schon seit zwei Jahren oder auch noch länger und wird es auch immer geben. So. Und das Nami Limited Edition, das ist jetzt, wie soll ich sagen, der Custom Express von Yari Nohanzo ist ja nichts anderes, als wie diese kompletten Teile, was es aus so Beryllinie gibt, dass man die sich selbst zusammenstellen kann. Ja. So. Und um das zu machen, muss jetzt Yari Nohanzo diese Teile eben aus China sich machen lassen. Ja. Und tut die dann dementsprechend zusammensetzen. Ja. In Italien und in Spanien. Es werden dann teilweise Griffe selber gemacht oder auch gewickelt. Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Wicklungen. Das machen die dann schon in Italien oder Spanien. Aber die Anbauteile und so weiter oder die fertigen Klingen, die kommen ja trotzdem aus China. Ja. Die Saia werden sie dann vielleicht noch in Spanien oder Italien selber bearbeiten und das ist halt jetzt der springende Punkt. Wenn man jetzt ein Custom hat, sei es jetzt Express, wo man sich selber zusammenstellt oder Custom in Stock, wo Yari halt fertige Katanas anbietet für eine gewisse Zeit, müssen die nochmal nachbearbeiten. Ja. Das heißt, die müssen nochmal mehr Arbeitsstunden reinstecken. Es wird öfter hin und her geschickt. Also Vertriebswege sind länger. Ja. Und dann ist es so, wie jetzt zum Beispiel bei dem Nami Limited Edition. Es ist eine Limited Edition. Die wird es nicht zu oft geben. Die wird jetzt vielleicht 50 Mal gemacht und dann ist die wieder weg. Und so ist es bei Custom in Stock auch. Gibt es eine Zeitlang die und die Konfiguration und dann ist sie wieder weg. Und wenn man sich das in der Zeit kauft, dann hat man halt einfach ein limitiertes Schwert. Ja. Und diese Exklusivität und diese Nachbearbeitung, was in Italien und Spanien dann gemacht wird an diesen Custom Katanas, die muss man halt einfach dann extra noch bezahlen. Und das sind diese 150 Euro, wo man sagt, okay, ich will jetzt nicht das Nami, so wie es jeder hat, sondern ich will die Limited Edition, weil das ist was Besonderes. Da gebe ich dann 150 Euro mehr aus. Beziehungsweise, wenn ich einen Custom Express mache, stelle ich mir das ja so zusammen, wie ich das will. Und dann habe ich ein Einzelstück. Und dann muss ich halt einfach für diese Exklusivität und für diesen Service einfach mal so 100 bis 150 Euro mehr bezahlen. Und das ist der ganz einfache Grund, warum das Teil jetzt eigentlich so viel teurer ist. Und ich sage mal so, das normale Nami ist jetzt genauso gut wie das und das ist jetzt nicht besser wie das Nami. Ja. Es sind die gleichen Materialien. Aber das Ding ist halt einfach limitiert und es ist halt einfach exklusiver. Ja. Und wenn man sowas eben will, dann muss man sich halt die Frage stellen, gebe ich dann mehr aus oder nehme ich das normale Nami, was jeder hat. Ja. Und das ist der springende Punkt bei der ganzen Geschichte. Ja. So. Wie gesagt, Yari hat es jetzt online auf der Cardano Markt Deutschland Seite ist das Ding jetzt zu kaufen. Ja. Wie gesagt, ich verlinke das alles nochmal. Guckt es euch an. Ähm. Mein Fazit jetzt nach dem Zerlegen und so weiter. Ja. Ich habe es jetzt auch schon mal gecuttet ist. Das Schwert ist soweit echt top. Es ist wirklich top. Es hält, was es verspricht. Ja. Wenn man sagt, man will nicht so viel Geld ausgeben, normales Yari. Wenn man sagt, man will was exklusives, ist man bei dem Yari Limit Edition an der richtigen Adresse. Ja. Also es ist wirklich echt ein cooles, edles Schwert. Ja. So. Es ist natürlich jetzt so, ich mache natürlich noch alle Tests, ist klar. Ich mache jetzt dann noch, ähm, Tadami-Matten. Ich mache Kartonrollen. Ich mache Kanister. Ich mache Flaschen. Ich mache Kartons. Also ich mache eigentlich das volle Programm. Ich mache jetzt kein 10 und 20 Liter Kanister, weil dafür ist das Schwert nicht gebaut. Dafür ist es einfach zu filigran und zu leicht. Da will ich mir jetzt auch wirklich nichts kaputt machen. Ich werde auch keine Destruction machen, weil ich bin jetzt auch gefragt worden, ob ich mit dem Ding Destruction mache. Ich meine, da wäre ich ja wahnsinnig, ne. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Ich kaufe mir ja kein Fattenmesser und mache damit Bushcraften. Oder ich kaufe mir kein Bushcraft-Messer und tue damit ein Steg essen, weil das wäre ja Käse, ne. Und ja, genau. So sieht das Ganze aus. Ähm, ich werde es dann noch brauchen, bis da die ersten Test-Cutting-Videos kommen. Aber in naher Zukunft wird es dann soweit sein. Und in diesem Sinne war es das jetzt erstmal. Peace und Kuts of a life. Checkts and Kuts out.